Er lebt. Soll ich eine Ewa kein Heid rufen? Er scheint unverletzt zu sein. Aber ich weiß echt nicht, wie er überleben konnte. Geschick. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, wir sind in der Nahe dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen und zwar schnell. Wie hin? Suchen Sie weiter nach Jankowski. Ich erfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können ihn nicht alleine einschicken. Das ist Wahnsinn. Er kann auf sich umpassen. Und jetzt los! Los! Vorsichtig sein da drin. Absolut. Okay. Willkommen, willkommen. Zurück. Zurück. Bei 4. 1. Und du solltest dir mal eine schickere Hose anziehen. So, hier ist der Lück und er hat überlebt. Server World Treatment Plant. Okay. Ich muss jetzt irgendwo hin. Irgendwo hin. Ich muss irgendjemanden suchen. Irgendjemand. Ich habe... Nicht genug Munition. Kannst du mir Munition geben? Schlampe. Geiziger Alte. So. Es geht weiter hier. Es geht weiter hier. Im Spiel. Achtung! Zeitlupe! Und Zeitlupe weg! Ja, so macht man das. Und diese Alte, die wir da gesehen haben, heißt Alma. Und Alma ist die Schwester von Alma Atta. Wer immer das auch weiß. Ich weiß es. Ich mache mal die Tür auf. Und schaue mich mal nach einem Schutzanzug um. Da haben wir nichts. Das ist mir nix. Ja, ja. Hier, hier. Da mit. Das macht man da mit. Aber der Schruppbohr fehlt. Ah, da ist ein Gesundheitspaket. Guck. Tomcat, ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Was? Die Leute wurden eben zum HQ von Armekam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach, nee. Meine Leute sind da mitten drin. Schon verstanden. Ich wünschte, ich hätte hier da bergen. Sind es dieselben längst an? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Das ist jetzt wohl kein verdeckter Einsatz mehr. Nee. Das ist jetzt kein verdeckter Einsatz mehr. Oh. Da was? Nee, wieder bloß ein Hammer. Was macht ihr denn mit den ganzen Hammern? Wenn ihr euch gegenseitig erschlagt, sieht das dann zum Schluss so aus, oder was? Ihr habt eine komische Pausenbeschäftigung. Ihr werdet auf Stunden bezahlt, ne? Hier Überstunden machen im Liegen. Hm. Sind mir die Liebsten. Ah, da ist wieder so ein Feuerlöscher, der uns helfen könnte. Hier gibt es erstmal nix. Oder kann man hier an dem Rad drehen? Nein. Ich drehe das so gerne an Rädern. Schade, dass es hier nicht Kimmer und Korn gibt. Dieser Schatten macht mich auch wahnsinnig. Ah, da kann man bestimmt auch draufschießen. Pass mal auf. Das wird so kommen. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich stehe mal drauf. Okay, da ist nix. Tür auf. Und? Oh, ein Hubschrauber. Noch ein Hubschrauber. Scheiße. Die hasse ich ja, diese scheiß Judenkopf. So, und jetzt ist die Frage. Wo soll ich lang? Ich denke mal. Und diese Brühe ja nicht, oder? Da muss ich... Nö, halt, halt, halt. Das führt drüber. Das führt da rüber. Okay, da drüben geht es auch noch runter. Oh Gott, jetzt bin ich ja wie auf dem Präsentierteller hier. Das nervt mich natürlich schon wieder extrem. Und die Framerate kackt ein. Das nervt mich auch. Aber wir lassen uns jetzt nicht durcheinander bringen. Wir. Der Herr Lück und die vier. Vier. Cooperation oder Gruppe. Lassen sich von nichts aus dem Boxhorn jagen. Ins Boxhorn. Oder ins Boxenhorn. Da leuchtet was rot. Das bedeutet tot. Prima. Ja, kein Wunder. Die schlafen ja auch alle. So, ich könnte jetzt das bewegen. Ah ja. Na, das war ja klar. Und jetzt komme ich da rum. Na, ist doch prima. Ich glaube, hier ist keiner von denen. Oder was ist da oben? Nein, das ist ein Schornstein. Das heißt, ich kann jetzt hier rüber. Okay, wir laufen mal ein bisschen schneller. So. Und dann können wir nämlich hier runter gehen. Ich glaube, das ist das, was ja, äh, was gewünscht wird, oder? Aha. Sehr spannend. Schlupp. Und wir sind runtergerutscht. Nochmal. Aber jetzt wird es schon wieder langsam unangenehm dunkel. Ich bin autorisiert. Und zwar persönlich. Aber gefallen tut mir das nicht. Ich mag keine dunklen Gänge. Ja, genau deswegen. Das ist so der Hass, ey. Warte mal. Geht hier eine Lampe? Habe ich nicht eine Lampe? Nee, ich habe hier keine Lampe. Okay, geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Jetzt wird es dunkel. Achtung. Nein. Okay. Spiff war hier. Wo habe ich denn jetzt meine Lampe hingetan? Meine Lampe. Meine Lampe. T? Nee. Ach. T war Talk. Okay. Einmal da. Einmal da. Meine Lampe, 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 Lampe. H? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, okay. H ist durch. L ist Lampe. K ist nichts. Also gibt es hier auch nichts. Also muss ich jetzt da hin? Shit, shit. Das ist nicht gut. Jetzt wird es dunkel, Kameraden. Ach so, das sind Ratten. Oh nein. Aufheben. Huch. Jetzt hätte ich fast die Waffe weggeschmissen. Oh Gott. Mit B schmeißt man Waffen weg. Mit N? Nichts. Scheiße, das ist so dunkel hier. Okay, okay, okay. Naja. Gut, durchatmen, meine Freund. Da drüben ist noch irgendwie ein Booster, oder? Ah. Mein Schatten. Äh. Ey. Oh, komm. Hier hoch, schnell. Hoch. Hoch. Checkpoint. Oh Gott. Scheißen Dreck. Ich glaube, es gibt Probleme. Oder? Oh, diese Framerate. Was war denn das jetzt? Eben, was hier so... Da, da, da läuft er. Sebastian Vettel. Wir können ja mal gucken, ob wir hier zu dieser Tür reinkommen. Nein, kommen wir nicht. Okay. Ich hab das Spiel schon runtergeschraubt. Ja, wir haben möglicherweise einen Einfluss. Oh, guck mal da. Ja, wir haben nichts gesehen. Roger, toss ihm Augen auf. Und jetzt? Äh, das stinkt hier. Okay, also da ist auf jeden Fall jemand. Und wir müssen vorsichtig sein. 21 Schuss, okay. Ich würde sagen, zu spät. Okay. Da unten ist noch ein Gesundheitsdingens. Da ist noch eine Waffe. Sehr gut. Nachladen. Sehr gut. Nachladen. Da ist noch eine... Okay. Jetzt hab ich wieder Rüstung bekommen, mein Freund. Ich geh jetzt noch mal runter. Ich geh noch mal runter. Ich geh erst mal hoch, ganz kurz. Nehme mir den, seine Moon. Lade nach. Und geh noch mal hier rüber. Und runter, damit ich mir diesen Verbandskasten noch schnappen kann. Ich darf bloß nicht vergessen. Ah, eine Granate gibt's auch gleich noch dazu. Das ist schön. Die hatte ich nämlich gerade verloren. Und der Typ hat seine Trinitäten verloren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Frage ist nur... Die Frage ist nur... Bin ich wieder erschrocken? Ach, immer wenn es so aufleuchtet, dann sind die Typen dann tot, oder was? Ist das richtig so? Ist das richtig entdeckt? Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad nimmt dann auch wirklich noch zu. Das ist nämlich nur der Anfang hier. Das ist nur der Anfang. Wir gehen erstmal hier hin, schnappen uns das, laden nach und gehen mal runter. Ist doch bestimmt irgendwas zum Abfassen, oder? Nein, ist nicht. Oh, die Musik. Da geht's lang. Guck mal. Oh. Aha. Ein geheimer Weg. Ah, guck mal. Reflex Booster. Aha, was hat das jetzt gemacht? Oh, dieser Schatten, ey. Das macht mich echt irre. Meine Reflexe sind dauerhaft verstärkt. Dagegen hab ich ja nix. Ich glaube, wir können hoch. Äh, wir können uns aufrecht stellen und dann hier looky-looky machen. Okay. Scheiße, da kommen wir nicht... Da komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang. Dann spreng ich die Scheiße einfach, oder? Nützt nix. Okay, also muss es einen anderen Weg geben. Was ist hier? Aha. Guck mal, da ist ein Schloss dran. So, das können wir nutzen. Okay. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich hoffe, man sieht überhaupt noch was. Ja. Hier geht es weiter. Oh. Das ist echt krass mit dem Schatten. Ah. Ah. Wir können über die Lüftungsrohre. Das ist ja eine clevere Idee vom Entwickler. Wieso habe ich keine Lampe? Und jetzt? Da muss ich ja da haben, oder? Da geht es da hinten weiter rein. Granate rein, oder was soll ich jetzt machen? Soll ich den Mülleimer hier nehmen? Den da draufschubsen? Komisch, der fällt durch. Ach, hier. Auf der Seite. Oder was? Hä? Wieso fällt denn der Müll durch? Wieso fällt denn der Müll durch? Aha. Okay. Alles klar. Wenn der Mülleimer schon durchfällt, müsste mir doch das gleiche Schicksal geschehen. Ja, ja. Ihr habt gedacht, ich weiß nicht, wo es lang geht. Ihr Helden der Nacht. Da habt ihr die Rechnung ohne den Lück gemacht. Hier gibt es nichts, oder? Nein, hier gibt es nichts. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich das Video rendere, wie das aussieht, weil im Endeffekt... Hallo? Arbeite ich oder spiele ich hier mit 20 Frames? Okay, wie viele sind das? Wir machen folgendes. Zack, und... Okay. Okay. Okay, und nun mal, wenn es dieses Geräusch gibt, ist er... Oh! Ja, ganz schön dunkel hier, oder, mein Freund? Aber die Granaten sind echt nicht schlecht. Die Frage ist nur, ist er platt oder ist er nicht platt? Ich glaube schon, ne? Hallo? Ich glaube schon, dass ihr platt seid. Danke. Danke, danke. Hier unten kommt man nicht lang. Okay. Hier geht es auch nicht lang. Also geht es da lang. Ah, da gibt es jetzt wieder zwei Etagen. Da muss man aufpassen. Ne, es gibt bloß eine Etage. Wir gehen hoch. Na, hier in dem Raum wird da nichts sein. Oh, eine Maus. Und... Ups, eine Optikel-Maus. Ist ja nett. Unten die Steckdose nach amerikanischer Standard. Und es ist... Das stimmt nicht. Die Uhr geht falsch. Müsst ihr umstellen auf Sommerzeit, ihr Lieben. Ah, da ist noch Munition und so. Sehr gut. Wow. 63 Schütz habe ich schon. Rüstung. Die Musik wird aber wieder etwas... gruselig. Oh, Jungs. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Okay, wir gehen andersrum. Da war doch noch einer, oder? Es gibt immer mehrere Wege hier. Das sollte ich mal... nutzen. Hehehehe. Die scheinen hier... platt zu sein, oder? So, jetzt habe ich nämlich Doppelrohr. Habe ich euch erwischt? Scheint so, oder? Ja, Kasperle. Das Sturmgewehr ist mir aber am liebsten. Da habe ich aber nicht mehr so viel. So, hier habe ich eigentlich alles abgegrast. Ich muss da hoch. Okay, da hoch. Los, schnell. Komm, Lück. Zeit läuft. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss ja noch nach Hause, oder was ich an der Arbeiten gehen. Ich muss ja eigentlich Geld verdienen. Hallo? Ah, Checkpoint. Sehr gut. Ein Checkpoint. Den nutzen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Tschüss, Herr Lück. Haha, hat Glück. Hehehe. Vögel hier. Wir können ja mal kurz noch hier reingucken. Geht natürlich nicht. Ist ja klar. Aber dort liegt wieder was für uns rum. Das könnten wir nutzen. Beim nächsten Mal. Hallo? Ist jemand hier? Jetzt bin ich aber interessiert. Bestimmte Lapsops haben nützliche Informationen. Okay. Oh, da liegt noch einer. Oh, schön. Hier wird es bestimmt spannend. Oh, guck mal da. Ach nee, das ist die Maus. Okay, hier wird es bald spannend. Ich will mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich da drauf schieße. Nichts. Naja, dann machen wir es einfach nicht. Bis denne. Tschau, tschüss. Herr Lück, hatte Glück.